Der Dirk macht ein Auto von uns. Ja, hast du eine Zigarre da? Eine schöne Zigarre. Wir machen zusammen für meine Freundin, die wäre heute hier wesentlich am Krebs erkrankt und liegt im Krankenhaus. Ach so, hast du jetzt? Only Power. Power, Power. Ja, die schweren Zeiten. Ja. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht bist du sie oder welche? Aber das ist ein Schneider. Nee, ein Bild von mir. Ja, ich kann nicht fassen. Oh ja, danke schön. Aus Magdeburg. In Berlin. Ja, auf jeden Fall, da komme ich doch. Ich habe mit Juliana gesprochen, ja. Okay. Ja, klar. Ja. 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 Achtung.